Thomas Brunner ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler und Trainer. Spielerlaufbahn Thomas Brunner war von 1980 bis 1996 insgesamt 402 Mal für den 1. FC Nürnberg aktiv. Mit 328 Einsätzen in der Fußball-Bundesliga war er Bundesliga-Rekordspieler des Klubs. Weitere 74 Mal wurde er in der 2. Fußball-Bundesliga eingesetzt. Der vielseitige Spieler begann seine Karriere als Mittelfeldspieler, wurde als junger Profistürmer und spielte in den 1990er Jahren vor allem als Innenverteidiger. Zuvor hatte er als Jugendlicher von 1970 bis 1976 für den TSV Bleibach und danach bis 1978 beim ASV kam das Fußballspiel erlernt. Im August 1977 debütierte er in der Schüler-Nationalmannschaft. In zwei Länderspielen gegen Frankreich erzielte er vier Tore. Im Juli 1978 spielte er als 1-5-Jähriger beim U16-Nordland-Turnier in Dänemark mit dem älteren Jahrgang. Am 23. September 1978 wurde er bei dem gleichen Jahrgang in der U17-Junioren-Nationalmannschaft eingesetzt. Als 16-Jähriger fuhr er mit zum UEFA-Turnier 1979 nach Österreich, wo die DFB-Jugend in der Vorrunde ausschied. Für das UEFA-Turnier 1980 in der DDR wurde er nicht berücksichtigt. Da Trainer Dietrich Weise bei ihm eine Überbelastung durch Berufsausbildung, Schule, Training im Verein, Bayern-Auswahl, DFB-Jugend feststellte. Brunner hatte in 17 Tagen elf Fußballspiele absolviert. Bei seiner zweiten Teilnahme an einer Junioren-Europameisterschaft 1981 in Deutschland holte er mit seinem Team den Titel. Thomas Brunner bestritt insgesamt 33 Jugendländerspiele. Am 27. September 1980 debütierte er in der Bundesliga. Er wurde am 8. Spieltag im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln in der 73. Spielminute eingewechselt. Als Haar-Jugendlicher machte er 20 Bundesligaspiele und erzielte dabei vier Tore. Er galt damals als große Nachwuchshoffnung des deutschen Fußball und wurde 1981 mit der deutschen U20-Fußball-Nationalmannschaft Weltmeister. Seine ersten Einsätze für die U21 bestritt er 1982. 1982. Dabei wurde er Vize-Europameister in einem Team, dem auch spätere Weltmeister wie Rudi Völler und Pierre Litbarski angehörten. 1982 stand er mit dem 1. FC Nürnberg im DFB-Pokalfinale, das jedoch mit 2 zu 4 gegen den FC Bayern München verloren wurde. Nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga 1984 blieb Thomas Brunner beim 1. FC Nürnberg. Er gehörte zu den fünf Spielern, die wegen einer Spielerrevolte gegen den damaligen Trainer Heinz Hör entlassen wurden. Als einziger wurde die Kündigung bei ihm nach einer Aussprache mit Heinz Hör zurückgenommen. Sein wahrscheinlich wichtigstes Tor erzielte er am letzten Spieltag der Saison 1984, 85. mit dem 2 zu 0 gegen den KSV Hessen Kassel. Dieses Bundesliga-Tor besiegelte den Aufstieg des 1. FC Nürnberg, während Kassel noch von einem Aufstiegsplatz verdrängt wurde. 1988 war Thomas Brunner der dienstälteste Spieler in einer jungen Mannschaft, mit der sich der 1. FC Nürnberg für den UEFA-Pokal qualifizierte. Zwar schied der Klub in der 1. Runde gegen den As-Rom um Rudi Völler aus. Der 2 zu 1 Hinspiel-Sieg in Rom war jedoch der letzte große Höhepunkt in der Karriere von Thomas Brunner. 1994 erlebte er seinen zweiten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga, 1996 sogar den Abstieg in die Regionalliga. Danach beendete er seine Spielerkarriere. Trainer Laufbahn Als Co-Trainer des 1. FC Nürnberg arbeitete Thomas Brunner von 1996 bis zum Februar 2003. Im Dezember 1997 war er nach der Entlassung Willi Reimanns. Für drei Spiele vorübergehend Cheftrainer. Von 2003 bis 2004 war er Co-Trainer der Amateure des 1. FC Nürnberg. Im Herbst 2004 übernahm er das Traineramt bei der SPVGG Weiden in der viertklassigen Oberliga Bayern. In der Folge trainierte er ab dem 9. Januar 2006 den Bezirks-Oberligisten 1. FC Schneidtach und von Januar bis Juni 2010 den Bezirksligisten FC Holzheim. Ab 2011 war er Trainer des Kreisligisten DJK Limes 09 und war in der Saison 2013 14. und 2014 15. als Co-Trainer bei der U15 des 1. FC Nürnberg aktiv. Am 25. Mai 2015 wurde bekannt gegeben, dass Thomas Brunner ab der Saison 2015 16. den Bezirksligisten SV Pölling trainieren wird. Verschiedenes Bei einem Spiel gegen den SV Darmstadt 98 in der Saison 1984 85 still flog bei einem Torschuss von Thomas Brunner nicht der Ball, sondern sein Schuh ins Tor. Thomas Brunner ist nicht verwandt mit Hans-Jürgen Brunner, der von 1985 bis 1990 ebenfalls für den Klub in der Fußball-Bundesliga spielte. Aber Paul Brunner, der Bündnis 90 Die Grünen seit 1996 im Bezirkstag des Regierungsbezirks Mittelfranken vertritt, ist sein Bruder. Erfolge 1981 Junioren Europameister U18 U21 Weltmeister U21 Vize-Europameister Aufstieg in die Fußball-Bundesliga Teilnahme am UEFA Cup Junioren Europameister Untertitel für eine große Herausforderung